Auf der ganzen Welt sind Straßen ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur, die zur Produktivität und zum wirtschaftlichen Wachstum einer Region beitragen. Auch wenn ihr Wert unermesslich sein kann, müssen die Gemeinden bei der Bewertung von Straßensanierungsoptionen immer noch eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. Die traditionelle Straßensanierung ist teuer, zeitaufwendig und stört die Umgebung und die Gemeinde sehr. Quaskos resonanter Rapidization-Prozess ist die bewährte Alternative zu traditionellen Bauweisen. Eine verfallene Straße mit einer heißen Asphaltüberzugsmischung kann die Lebensdauer einer Betonfahrbahn um mehr als 20 Jahre verlängern. Dies geschieht schnell, kostengünstig und umweltfreundlich bei minimaler Beeinträchtigung der Umwelt. Es ist etwa fünfmal schneller als herkömmliche Ausreiß- und Ersetzungsverfahren und kostet etwa die Hälfte. Da die bestehende Betonfahrbahn vor Ort recycelt wird, sind die Auswirkungen auf die Umwelt minimal. Der Schlüssel zu Quaskos resonantem Rubblizing-Prozess liegt in seiner innovativen Vibrationstechnologie. Hier in Zeitlupe dargestellt, trifft der gewichtete Resonanzstrahl 44 Mal pro Sekunde mit einer Amplitude von weniger als zwei Zentimetern auf dem Beton. Dieser Prozess mit geringer Auswirkung minimiert Störungen der Umgebung und beschädigt die unterirdischen Versorgungseinrichtungen nicht, während die vorhandene Basis vollständig intakt bleibt. Außerdem zerbricht der Quasko Rubblizer den Beton in einem Winkel von 45 Grad, wodurch ein ineinandergreifendes Basismaterial entsteht, das den doppelten Strukturkoeffizienten eines typischen Gesteins aus gebrochenem Stein aufweist und reflektierende Risse beseitigt. Nach dem Zertrümmern reicht eine oder zwei Überstreichungen des gebrochenen Betons mit einer Standard-Vibrationswalze aus, um das neu verriegelte Grundmaterial zu verdichten. Danach kann der heiße Mischasphalt aufgetragen werden. Es ist kein Bindemittel erforderlich. Der Prozess ist so schnell, dass eine Maschine pro Tag einen Kilometer einer zweispurigen Straße sanieren kann. Mit über 5 Millionen Quadratmetern saniertem Betonbelag hat sich Quaskos resonantes Zertrümmerungsverfahren als die überlegene Alternative zum traditionellen Straßenbau erwiesen.